Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Weitwinkelkamera auf Snapchat bekommt. Dafür geht ihr erstmal in die Snapchat App rein und drückt nun oben rechts auf diese zwei Pfeile, die auseinanderschießen. Nun steht hier ultra breit und nun haben wir die Weitwinkelkamera eingestellt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.